28. Oktober 2018 23.16 Jäger landet in Gaxon auf Rang 14. Der deutsche Golf-Profi Stefan Jäger hat nur knapp seine erste Top-Ten-Platzierung auf der US-Tour verpasst. 29. Der Münchner schob sich in Gaxon, Mississippi am letzten Tag auf den 14. Platz vor, mit einem Schlag weniger auf dem Konto hätte er den siebten Rang belegt. Der Sieg ging an Cameron Champ, USA, vor Coray Connors aus Kanada. 30. AXCK kam nach überstandenem Cut auf den 54. Rang 30. AXCK kam nach überstandenem Cut auf den 54. Rang